Das ist fast schon wie mein Wohnzimmer. Ich komme hier hin und sofort sind Kinder da und es ist sofort große Begeisterung und ich freue mich sehr auf den Auftritt. So, ein herzliches Willkommen an alle Kleinen, an alle großen Freunde. Schön, dass wir heute hier zusammen sind. Und das ist ein Lieblingshit von vielen Kindern inzwischen. Und zwar geht es da um die kleine Eisenbahn Chuchua. Und das funktioniert gleich so. Ich sing ein Stückchen vor und ihr singt alle nach. Chuchua, Chuchua, alle Kinder an. Chuchua, Chuchua, mit der Eisenbahn. Kleine Räder, große Räder, hallo Schaffner, hier mein Fahrschall. Hohe Berge, nichts für Zwerge, alle Winken, dann ein Stopp. Chuchua, Chuchua, alle Kinder an. Chuchua, Chuchua, mit der Eisenbahn und Finale. Wir veranstalten gemeinsam mit der Skischule den Tourismusverband und eben die Bergbahnen diese Familiengeschichten. Die Kinder zeigen uns vor, wie es geht. Die Erwachsenen sind da oft ein bisschen steif. Ich denke auch, die Kinder machen uns vor, wie es richtig geht und die haben auch Spaß dabei. Chuchua, Chuchua, alle Kinder fahren. Chuchua, Chuchua, mit der Eisenbahn. Kleine Räder, große Räder, hallo Schaffner, hier mein Fahrschall, hohe Berge. Also es ist für mich natürlich schon eine andere Geschichte. Man schaut in den Berg rein, das ist schon toll. Normalerweise bin ich in einer Konzerthalle und da schaut man an Wände. Aber ich schaue eigentlich sowieso am liebsten in die Augen der Kinder. Und wenn alle mittanzen und mitmachen, das ist natürlich das Beste. Ein kleines bisschen anders ist es für mich schon. Hier oben ist die Luft ein bisschen dünner. Und da muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen, ehrlich gesagt. Chuchua, Chuchua, alle Kinder fahren. Chuchua, Chuchua, mit der Eisenbahn. Kleine Räder, große Räder, hallo Schaffner, hier mein Fahrschall. Wunderbar. Also es ist ein toller Ort, tolle Skilandschaft hier, tolle Berge. Ich bin ja nun selber nicht so der Skifahrer, aber mehr so der Wanderer. Und wenn man so durch den Schnee wandert, großartig. Musik Volker Rosin war für uns absolut der richtige Künstler. Wir haben Volker Rosin schon zweimal in Galtür gehabt, waren begeistert. Und darum haben wir heuer gleich dreimal gebucht, weil einfach die Familien unsere Hauptzielgruppe sind und das passt zu uns. Musik Super. Mein Bruder findet das sogar so gut, dass ich ihn zu Hause ganz oft anschalte. Ich bin selbst Musiklehrer und die Songs vom Volker sind einfach spitze. Wir kennen die aus dem Kindergarten, aus diversen Liederbüchern und es waren super Veranstaltungen heute. Wir sind richtig happy. Astrein war's. Musik Musik Mein Name ist Piet und mein Bein aus Holz. Als Piratenkapitän sag ich nur, was soll's? Mensch. Mein Name ist Jan Sch slaves Cam ab, dass wir das wieder einmal قال! Super.